Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu 5 Transfers für und heute geht es weiter mit dem Europa-League-Sieger, mit Eintracht Frankfurt. Die Essen haben es geschafft, trotz eher schwacher Bundesliga den Triumph in Europa feiern zu können und hat man sich damit auch noch on top für die Champions-Sieg-Gruppenphase qualifiziert. Dort ist man sogar in Los Top 1 vertreten, das könnte eine etwas leichtere Gruppe bedeuten. Einerseits haben wir natürlich damit sehr gute Argumente, Leistungsräger wie Kostic, Kamada oder auch Ndika doch noch zu halten, deren Verträge nur noch einen erlaufen. Aber eine Sache ist auch klar, es braucht Verstärkungen, denn die Bundesliga-Saison war schwach, sie war enttäuschend und das muss besser werden. Neben den fixen Zugängen wie Kolo Mouani oder auch Jérôme Anjouen, Farida Alidou und Marcel wenig, braucht es deswegen noch 5 weitere Verstärkungen, um im nächsten Jahr für alles gewappnet zu sein. Während man im Tor mit Trapp, Graal und Ramay gut aufgestellt ist, braucht es vor allem in der Abwehr Veränderungen. Bevor wir in die Innenverteidigung blicken, weil auch da wird sicherlich was passieren, finde ich, muss man auch rechts hinten nochmal nachlegen. Da hat man zwar an sich einiges am Personal, aber irgendwie auch nicht so richtig. Denn Danny Da Costa geht, was auch logisch ist, hat keine große Rolle gespielt. Eric Durm spielt halt einfach nicht mehr, auch der könnte zumindest gehen, hat noch ein Jahr Vertrag und auch die Zukunft von der Mami Touré ist noch offen. Hat jetzt wirklich gut gespielt als rechter oder linker Innenverteidiger, den kann man immer reinschmeißen, die Frage ist, ob er damit zufrieden ist. Ansonsten gibt es auch noch Timothy Chandler, er ist aber halt nicht mehr als ein Backup, so ehrlich muss man halt auch sein. Menanska Knauf hat einen wirklich guten Schienenspieler gefunden, arbeitet nur auf Leihbasis, ein weiteres Jahr ist durchaus realistisch, darüber hinaus ist es aber noch offen. Und unabhängig davon, finde ich, braucht es neben Knauf einen defensiv stärkeren Schienenspieler, der auch rein taktisch Frankfurt nochmal flexibler aufstellt. Und genau in das Bolleschema passt Thomas Fouquet, der 27-Jährige ist rechter Verteidiger, spielt bei Stade Rem in Frankreich und kann beide defensiven Außenbahnen besetzen, wie auch die Position im rechten Mittelfeld. Passt damit taktisch schon mal perfekt rein. Er ist Stammspieler und belgischer Nationalspieler und on top läuft sein Vertrag nur noch ein Jahr. Sprich, ungefähr 5 Millionen Euro sind nötig, um ihn loszueisen, eine Summe, die Markus Krösche bezahlen kann. Ob er sie bezahlen will, ist eine andere Frage, bedingt durch den Europa-League-Sieg, die Champions-Teilnahme, aber auch vor allen Dingen Transfereinnahmen, wird man ja ein hohes Budget haben. Man wird sicherlich nicht alles ausgeben, deswegen habe ich auch hier Spieler gesucht, die relativ günstig sind, aber wenn man sich verstärken kann, sollte eine Summe von 5 Millionen nicht im Wege stehen. Denn Fouquet besticht durch Tempo, scharfe Flanken, Laufbereitschaft und Aggressivität genau diese Faktoren, die Frankfurt braucht und den rechten Verteidiger auch finden wird. Und nun blicken wir also in die Innenverteidigung, wo bislang eigentlich nur zwei Spieler relativ klar mit dabei sind nächstes Jahr. Das ist zum einen Tutor, der hat verlängert und Jerome Ojoen als erster Neuzugang. Hinter der Zukunft von Hintergrund und Dika ist ja weiterhin ein großes Fragezeichen. Durch die Champions-Sieg-Quali gehe ich aber davon aus, dass tatsächlich sogar beide bleiben und das Innenverteidiger Trio somit bestehen bleiben wird. Mit Ojoen, Hasewe und auch Touré, wenn er bleibt, hat man zwar drei potenzielle Backups. Mit Chievo, Smolcic soll aber noch ein weiterer dazukommen. Vorhin haben wir wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber Smolcic sagt sicherlich euch Frankfurt-Fans schon ein bisschen was. Denn der Linksfuß soll ja schon von Wechsel an den Main stehen. Mit dem Spieler sei sich Markus Krösche wohl auch schon einig. Was weiterhin fehlt, ist aber wahrscheinlich die Einigung mit Hain Karieka. Als ablose Summe wurden bislang immer wieder 2 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Smolcic ist trotz eines jungen Alters mit 21 Jahren schon Kapitän seiner Mannschaft und UN-Nationalspieler von Kroatien. Und er passt halt auch als Linksfuß vor allen Dingen perfekt ins System. Sollten Hinteregger und Odandika aber doch noch gehen, kann er sicherlich auch den Sprung relativ schnell zum Stammspieler schaffen. Ansonsten in meiner Variante erstmal als Backup dienen und sich langsam an die Bundesliga gewöhnen. Und wie man aus Medienberichten hört, sucht die SGE auch nach einem neuen Sechser und das macht für mich auch auf jeden Fall Sinn. Rode, Jakic und Sou sind dann mögliche Stammspieler, wobei ja noch gar nicht klar ist, ob Jakic und Sou nächster mit dabei sind. Bei Jakic müsste ich darauf gezogen werden, auch da gab es schon Berichte, dass das so ein Geschehen ist. Ich denke mal, er wird bleiben. Gipri So könnte aber auch den nächsten Schritt gehen, also ähnlich wie bei anderen Spielern. Aber auch da kann ich mal davon ausgehen, dass er erstmal noch ein Jahr bleiben wird. Denke ich zumindest, wäre für seine Entwicklung zumindest am besten. Aber unabhängig davon schattet ein weiterer Mittelfeldspieler auf jeden Fall nicht, da Sebastian Rode zum einen immer noch fletzend anfällig ist und halt auch nicht jünger wird. Zudem wird Stefan Ilshanker gehen, Chustic möglicherweise auch, Hunter Säbe ist halt als Backup gut für die Position wie auch als Innenverteidiger. Ein neuer Sechser könnte aber dann auch noch ein Spieler sein, der die Bundesliga bereits kennt und auch mal als das Riesentalent bei Ajax Amsterdam galt. Und das ist Richard Lee Basouet. Der flexible Defensivspieler hat diese Saison für Vitesse Arnheim auch häufig als Innenverteidiger gespielt und er bringt wirklich alles mit, vor allem, weil sein Vertrag auch noch ausläuft. Basouet ist stark am Ball, schaltet sich auch gerne im Offensivspiel mit ein, ist top in den Zweikämpfen und ein kompletter Mittelfeldspieler. Also er bringt einfach ein extrem gutes Paket mit. Ein Wechsel in die Bundesliga ist ja auch eine Option, es gibt bereits Gerüchte um Leverkusen, Nadbach und Stuttgart. Vielleicht gesellt sich da ja auch nochmal die Frankfurter Eintracht hinzu. Da Basouet auch die Hoffnung hat, möglicherweise relativ schnell wieder für die Elftal, sprich für Holland zu spielen und es vielleicht noch zur WM zu schaffen, kann die Champions League natürlich ein ordentliches Argument sein, auch wenn der Konkurrenzkampf im Mittelfeld natürlich schon enorm wäre. Auch wenn ich ja in diesem Video davon ausgehe, dass einige Leistungsträger doch noch bleiben, deren Verträge in einem Jahr auslaufen, glaube ich, wird trotzdem mindestens einer von diesen Spielern gehen, um auch einfach hohe Transfernahmen zu haben, weil man wird nicht das ganze Champions League Geld aus dem Fenster schmeißen, sondern eher sich weiterhin darauf beruhen, das auszugeben, was man auch einnimmt durch Transfers, weil man muss halt aber auch den Kader verstärken, was man auch durch einen Abgang sogar schaffen kann für mehrere Positionen. Also, ich glaube, dass dieser Abgang Daichi Kamada sein kann und sein wird und dann ist natürlich klar, muss man ihn auch ersetzen. Meist spielt der Frankfurt dieses Jahr mit zwei sozusagen Zehnern hinter Boré als einige Spitze, aber eine Option könnte es ja auch sein, nächste Saison wieder zu Zeiten der Bülpfläche zurückzukehren, sprich ein Zehner mit möglicherweise Jesper Lindström und zwei Spitzen mit Boré und Neuzugang Kolo Mouani. Auch das halte ich für realistisch. Dann bräuchte man nämlich keinen 1 zu 1 Satz für den Japaner, sondern kann erneut auf einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler setzen, dennoch nicht so weit ist, schon direkt in der ersten, ja, Elf sozusagen mitzumischen. Jens Peter Hauge gibt es zwar auch noch, trotzdem muss dann wirklich ein weiterer Herr und das kann auch ein Zahnmannschaftskollege von Höge sein und das ist Christian Thorstwett. Der 23-Jährige steht beim KJC Genk unter Vertrag und das auch noch langfristig bis 2025. Dadurch würde der Zehner sicherlich mehr als 5 Millionen Euro kosten, aber das Gesamtpaket sieht mal wieder nach einem wirklich typischen Eintrachttransfer aus. Gute, aber trotzdem auch ausbaufähige Scorer-Werte, generell Potenzial zur Weiterentwicklung und vor allem ein passender Spielertyp. Groß, wuchtig, stark am Ball, Abschluss wie Passstark. Das kann passen, wenn Kamada geht. Was fehlt, ist jetzt noch ein oder vielleicht sogar zwei neue Stürmer. Ich meine, was soll's, da muss Verstärkung her. Und wie wäre es da mit einer Rückholaktion? Und nein, ich meine nicht Jelukajovic, Sebastian Aller oder Ante Rebic, aber trotzdem meine ich eine Rückholaktion, denn es braucht neben dem möglichen Transer von Sebastian Polter, mit dem wir jetzt hier schon mal planen, ein Stürmer, der als Backup für Boré und Kolo Moany fungieren kann, aber vor allen Dingen auch Frankfurts Spiel vorne variabler macht. Weil dieses Jahr waren die Alternativen dann schon Din, Ragnar Ache, Sam Lammers oder auch Gonzalo Paciencia. Ja, nix halbes, nix ganzes. Da würde ich echt nochmal richtig nachlegen. Und genau da passt José Luis San Martín Mato rein. Gut, machen wir es einfacher und deutlicher. José Lu, der Ex-Frankfurter, spielt seit drei Jahren für Deportivo Alaves in Spanien überzeugt, trotz deren Abstieg auf ganzer Linie. 14 Tore und fünf Vorlagen sind schon wirklich super Zahlen, wenn man überlegt, dass Deportivo jetzt eben wieder abgestiegen ist. Mit 32 Jahren ist José Lu natürlich nicht mehr der Jüngste. Da müssen wir nix erzählen. Aber mit seinen internationalen Erfahrungen kann er ebenso wie Sebastian Polter der jungen Frankfurter Offensive extrem weiterhelfen. Und zudem auch als selbiger Spielertyp, denn er hat ein super Stellungsspiel, ist top im Abschluss, egal ob mit Kopf oder mit Fuß und kann eben auch als zweites Spitze fungieren. Also den kann zu vorne immer reinschmeißen. Und hat José Lu Bock auf eine Rückkehr, besser gesagt, so rum ist richtig, dann kann da auch schon vieles zusammenpassen. Apropos zusammenpassen. Jetzt blicken wir mal darauf, wie eine mögliche Frankfurter Startelf nächstes Jahr aussehen kann. Natürlich ist alles noch nicht fix und noch nicht in den Schein gemeißelt. Die große Frage ist halt, wer geht? Weil davon hängt auch viel ab, was man machen wird auf dem Transfermarkt oder inwiefern man wirklich richtige Verstärkungen braucht. Ich habe jetzt eher nach Spielern gesucht, die teilweise eher für die Kaderbreite gut sind, um insgesamt nochmal das gesamte Team zu verbessern, für eben alle drei Wettbewerbe. Also blicken wir mal drauf, auf eine mögliche erste Elf. Und wir sehen schon eine wichtige Kleinigkeit, eine minimale Systemanpassung, nämlich nicht das 3-4-3, sondern das 3-4-1-2 mit einem Zehner und zwei Spitzen. Das kann ich mir durch den Transfer von Kolo Moanin nämlich sehr gut vorstellen, weil dadurch, glaube ich auch, würde sich Boré nochmal etwas leichter machen. Aber beginnen wir mal kurz im Tor. Kevin Trapp Nummer 1, Ramay Nummer 2, da gibt es nichts zu diskutieren. Dreierkette bliebe wie angesprochen, bei dem wie es war, mit Tuta, Hinterherkunden, Dika. Aber man würde halt die Qualität unglaublich erhöhen, durch Ojoen, der ja schon da ist, und Smolcic, der noch folgen soll. Hasebe als Routinier wäre noch mit dabei, möglicherweise auch noch Almami Touré. Und dann hätte man da schon eine richtig gute Qualität, um auch mal in der Bundesliga rotieren zu können, wenn ein Spieler ein bisschen platt ist, was, finde ich, ein bisschen gefehlt hat. Im Mittelfeld bliebe auch erstmal alles, wie es ist, mit eben Ansgar Knauf, Jakic, So und Kostic. Aber auch da hätten wir mit Fouquet und Bassoe zwei Neuzugänge, die extrem helfen würden, die Qualität in der Breite zu erhöhen. Mit Rode und Lenz noch zwei weitere Spieler, die dort natürlich auch sehr, sehr gute Lösungen sind. Jesper Lindström würde auf der 10 nochmal mehr Freiheiten bekommen, weil er eben der alleinige 10er wäre. Mit Thorst, Wett und Hauge hat man dann dann noch zwei weitere Backups, je nachdem, wie man natürlich auch mit Jens-Peter Hauge so plant. Mit Ali Du und wenig, zwei Youngsters, wo man da gucken muss, welche Rolle sie schon spielen werden. Doppelspitze und die fände ich richtig spannend, wäre dann eben mit Boré und Colomuani. Polter sehe ich als klaren Backup. José Lu kann es immer wieder reinschmeißen, egal, ob in der Startelf oder eben auch als Joker. Und ich finde, wenn man sich diese RSelf anguckt, macht das schon sehr viel her. Ich habe jetzt gar nicht mal viel verändert, weil ich auch nicht daran glaube, dass man viel verändern wird, außer Dika, Sow, Hinteregger, Kostic gehen. Natürlich werden dann auch da Spieler geholt, die richtige Stammspieler sein werden. Das braucht es aber jetzt hier nicht zwingend, auch bedingt durch Colomuani hat man schon den neuen Stürmer geholt, der höchstwahrscheinlich Stammspieler sein wird. Die anderen, die ich jetzt hier geholt habe, haben wir noch ganz bewusst für die Kaderbreite gedacht, können aber auch genauso gut in der ersten Elf spielen. Also ihr merkt schon, bei der Transferplanung hängt weiterhin vieles davon ab, ob halt Spieler wie Kostic oder ein Dika gehen oder bleiben. Bedingt durch die Champions League bin ich ja davon ausgegangen, dass man aber wirklich gute Spieler hat oder und auch gute Argumente hat, solche Spieler zu halten und trotzdem braucht es nochmal Transfers. Gehen solche Spieler, wenn auch nochmal bessere Transfers benötigt. Das sollte auch jedem klar sein. Meine fünf Transfers sind halt vor allen Dingen dafür gedacht, die Qualität in der Breite zu erhöhen, wodurch aber auch natürlich die erste Elf profitieren würde, weil man eben häufiger rotieren kann, weil man damit auch in der Bundesliga wie auch international gute Leistungen bringen wird. Und jetzt seid zu guter Letzt auch ihr gefragt, welcher meiner fünf Transfers vorschläge passt am besten zu Eintracht Frankfurt? Wo muss nachgelegt werden? Welche Ideen habt ihr noch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und schaut auch gerne weitere Klubs vor, wo ich mal meinen Scout-Bericht schreiben soll für den Sportdirektor. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017